Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei GTA Stunt Rennen mit dem Sachsen Let's Player, mit dem McManus, dem Freezy und der BCR Crew und noch einigen Zuschauern. Hallo. Hallo. Hi Leute. Wieso kann ich nicht wetten? Das wurde gerade deaktiviert. Boah. Sind schon kein Geld mehr oder was? Scheiß drauf, ich nehme mal das Auto. Weiß gar nicht, fand ich das genau. Ah, Gott sei Dank. Ich glaube das Auto ist nicht so schlecht. Es geht leider erst. Mhm. Irgendwo fährt erstmal den Pfeiler. Ja. Freezy. Ey du Opfer. Das ist doch echt ein Opfer ey. Aber alle komplett ne. Vor mir ist Röhrenkuchen. Vor mir ist Röhrenkuchen. Vor mir ist Röhrenkuchen. Vor mir ist Röhrenkuchen. Ich werde Röhrenkuchen. Oh, schade. Da bremst er ab. Ey, habt ihr gesehen? Da hat er schon wieder extra mit Absicht abgebremst. Da liegt's drauf an, wir wissen ja Junge. Manus. Halt's Maul. Das ist mein Dungeon. Hier bin ich der Keeper. Aber kennst du Dungeon Keeper? Ja, klar Mann. Geiles Game. Oh, war das hinter mir Niklas? Gefickt. Oder? Ja, gefickt. Was zur Hölle? Ach du Spaß, die war da so oder wieder, Alter? Ich war das mit. Wir warten auf den zweiten. Nein. Na gut, leider ich. Du magst doch deinen Bruder, oder? Er ist mein Bruder, sagen wir so. So, da denk ich mal so bleiben. Was macht man, wenn ein jedes Mal das Windrad fickt? Timing besser abtimen. Ey, dieser Röhrenkuh. Sag ich euch. Komm nicht am Windrad vorbei, krass behindert. Wieder gefickt. Shit, ey. Tja, was mein ich mit Timing? Fuck. Ich hab's verrissen, ich bin raus. Zweimal am Windrad hängen geblieben. Richtig behindert. Ja, man muss sagen, das Auto ist so geil, aber dafür extrem unpraktisch, ne? Ja. Du bist fast immer getroffen. Ja. Besonders wenn du noch vor dir jemanden hast, der dich ausbremst die ganze Zeit. Nicht gut. Ja. Wow. Oh, konzentrieren. Muss doch mal jemand kommen hier irgendwann, ey. Echt, so weit hinten? Welchen Platz bist denn du? Zehn. Okay. Ja, wie gesagt, Windrad, nicht vorbeigekommen. Welche Runden haben wir? Drei. Drei. Oh, Tobi. Ist aber krass, ey, vor mir ist weit und breit keine zu sehen. Doch, kommt gleich, weil ich die lagen gerade irgendwo. Du musst jetzt mal in der zweiten Runde am Windrad vorbei. Und in dort drinnen. Da auch noch. Wow, nice. Ich glaube, da hole ich nichts mehr, ey. Das Ding ist durch. Boah, jetzt kommen die auf einmal ja alle. Jaja. Gibt man diese Scheiß-Kamera dann wieder weg? Ah, jetzt. Was ist das jetzt anders machen? Wer ist denn überhaupt der Erste? Ich. Boah, das ist hart hier in dieser Gruppe. Wir haben hier sechs Mann hier vorne in dieser Gruppe. Ja, ist voll hart, ey. Jetzt momentan ersteres Level der Alex, wenn ich mich nicht erlöste. Ne, also dieser Kuchen. Ne, Niklas. Niklas, dann Freezy zwei, ich drei, ich zwei. Ne, ich eins, alles klar. Jetzt er wird der eins. Ne, Hitcher ist das ja. Ich bin gerade an euch vorbei. Wieso? Ich hab die schnellste Runde gefahren. Ihr seid zu viert davon, ne? Jaja. Boah. Ne. Problem ist, wenn meine Mutter qualmt, weil da irgend so ein haariger, bärtischer Chewbacca jedes Mal mit seiner Karre vor uns rumkuscheln musste. Ja, das tut mir ja fast leid. Hm, ne, mir nicht. Kann jetzt mal jemand den Niklas da wegrammen? Um den, passt doch hier. Nicht mich. Ja Junge, ich muss halt auf die Kurve kriegen. Ja Junge, ich muss halt auf die Kurve kriegen. Hitcher, auf so einer Radar geht's hoffentlich besser. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Das passt vom Timing her Null. Wen hat's erwischt? Wen hat's erwischt, Teacher? Äh, Niklas. Nö, Niklas. Nö, Niklas glaub ich. Hat er verdient, ey. Boah, der qualmst ja wirklich. Jaja, klar. Oh, das scheint aber an deiner Geschwindigkeit keinen Abbruch zu tun. Nö, 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 nö. Wo kommst denn der Maros jetzt her? Ey, das. Ey. Jungs, passt auf. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Und ich seh dem sein blödes Grinsen schon in der Kamera. Ich hab Angst, ihn zu überholen. Hoppala. Kann auch sein, weil mich das Windrad erwischt hat. Ich weiß es Gott gar nicht. Junge, verpisst dich doch. Boah, ohne Witz. Nee, du. Nicht er. Haha, komm doch. Tschüss, Maros. Okay. Er kann nix. Er hat ein Auto und schafft es nicht, uns wegzuhauen. Nein, häng ich da. Oh, warum kommt da kein Konter? Kommt gleich. Kommt gleich. Oh nein. Oh. Hoppala. Wo kommt der denn jetzt her? Alter, geh doch mal deine Mutter ficken. Nicht du. Ach ja, das ganze komplett unter die Tonne verbuchen hier. Malus, komm schon, Alter. Es war doch gar nicht so gemeint. Was? Wir sind doch Homies, oder? Ja. Malus. 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 so das war jetzt nicht so prall jetzt bin ich auf jeden fall vom platz 1 weg zwei neue leute richtig schlechter hat es immer noch dabei ok platz 4 jetzt wird es interessant 3,86 das sind die kackautos dann machen wir nur zwei und drei runden macht drei runden das ist eine übelst kurze strecke und die autos eigentlich müssen wir acht runden machen wir haben schon halb vier danach ist mein letztes rennen war also dass man jetzt ist das ja deshalb hier schon ein käftchen liebe gab es ja nicht schon jetzt sind bitte auf mich 10.000 muss ich noch was setzen so vor allem in grönt das klinge auto hier hat jemand private autos angelassen ja wir sind ja dieselben kürzendlein kohleur anwesend nicht dieselben wenn du sie kann nämlich nicht aber die sehen nicht aus als ob sie übelst ne bloß nicht das sind vier weißt du die gucken alle die folgen und da sagen wir immer keine eigene fahrzeuge die spiel mit der reihe dazu ja einfach ausschalten das wird sonst nie klappen dach mal hola oder gepäckträger vorne drauf auch eine schöne tätowierung fuck it hochfälle war nicht schlecht ooooh um die 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 Der Amtflok ist schon wieder vorne, ey. Jo. Wolf und Niklas auch da. Oh Gott. Du Bucker, du kleine Ratze, ey. Ich hab nichts gemacht. Ich bin geflogen, da konnte ich nichts machen. Oh, Dampflok hat's verwissen. Aber komplett. Hoppala, Leitplanke. Oh, ich bin hinter dir. Jo. Naja, jetzt nicht mehr. Wird's überholt oder Unfall? Äh, Unfall, aber ich bin jetzt Vierter. Ich weiß nicht, wer hinter dir ist. Hinter den ist auf jeden Fall Dampflok. Ich bin hinter dir. Ich komme. Ekelhaft. Ich wuchtel. Ich komme für dich. Ich hab dir nichts getan bis jetzt, also, ne? Ja, nein, du hast mir nichts getan. Was hab ich denn gemacht? Natürlich nicht. Was hab ich... Natürlich hast du mir nichts. Was hab ich denn gemacht? Äh, Hitcher, denk nur an die letzte Runde. Halt dein Maul, ey. Da hab ich... Frizzy entsorgt, dass du gewinnst, Hitcher. Ich hab Frizzy entsorgt, dass du gewinnst, ey. Naja. Das ist mein Ernst. Das war nicht sein Ziel, das war nur... Mein Ziel war, dass Frizzy nicht gewinnt. Nein, nein. Glaub ihn nicht, Hitcher. Hitcher, zieh ab, ey. Was willst du? Er sieht die Sache des Bösen. Was willst du, Hitcher? Ich weiß nicht, was Hitcher vorhat, aber er überholt mich nicht. Ah, jetzt traut er sich nicht, er hat die andere Bahn genommen, ne? Oh, ein Fell, lol, die Schotzer. Oh, wer ist denn da vor mir? Du bist ein Fell, ey. Das ist ein Fell, ey. Das ist ein Fell, ey. Das ist ein Fell, ey. Oh, brauch ich gar nichts machen, guck. Lol, aber beide, ne? Krass. Och, komm. Dampflokfallen. Auch schon wieder. Wer denn schon wieder? Wobei gekugelt. Nein. Was ist das? Jetzt hab ich ihn. Wie, du lachst? Wer denn? Mein Sohn lacht mich gerade aus. Ach so. Guck sogar, der lacht dich aus. Warum liege ich hier auf dem Dach, ey? Oh, Röhrenkuh, hau ab, ey. Ey. Ja, pass mal auf die Röhrenkuh auf, ey. Der hat extra neben mir gewartet. Ich hab's gesehen. Sorry. Das ist echt abfuck. Da haben wir so schöne Pirouette gedreht, ey. Die sah gut aus. Boah. Wir sind wieder das Letzte. Nice. Weißt du warum? Ah, der Manus, ey. Ja, genau. Füße hab ich nicht einmal gesehen, ey. Und Hitcher, du hast dich vor mir gedreht, ey. Ja, ja. Weil ihr den Druck nicht stand haltet. Den Druck des Manus. That's all. Ein Quatsch, Kopf, ey. Das ist kein Quatsch. Das ist so. Warum ist Randy eigentlich so leise? Wenn der eigentlich so leise ist, dann kommt danach meistens nie was Gutes raus. Mhm. Naja, ich hab ja grad von deinem Ehemann, seinen Bruder neben mir. Boah, was soll das denn? Was, wie, was soll was? Du rammst mich? Ey, steckst den Schwanz in einen anderen Arsch und fragst, was soll das denn? Das ist doch blödsinn. Du bist doch nicht reingefahren, okay? Nein. Doch. Das ist die BCR-Logik, da muss ich dann gewöhnen. Manus ist auf 1. Die ganze Zeit schon. Guten Morgen. Ah, der hat's wieder vorgefuscht. Mal mit dem Fernmittel. Mal mit dem Fernmittel. So, ihr kleinen Bitches. Manus hat das Ding nach Hause geholt, ihr Bitches. So. Schaltest du immer hoch, danke. Welcher Platz, Freezy Hitcher? Warte mal, wo ist denn Freezy? Schau mal drauf. Was ist denn, ich sehne. Sechster Hitcher. Oh, die sind so scheiße, die Kahn. Da einmal zwei, neuner, nice. Einfach in den Kurven, auf die Eisen und fertig. Nicht auf die Eisen, einfach mit Gefühl lenken. Gas loslassen. Ja, einfach mit Gefühl lenken. Mhm, mhm, mhm. Zum Beispiel nicht. So, jetzt bin ich aber gespannt, dass an der Tabelle noch mal was verändert hat. Aber was ist denn mit Alex wieder? Oh, yeah. 23.000. Da, 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 da. Es gab 27.000 Wettgewinne, danke. Ja, bitte. Boah, was? 27.000, das hat sich ja richtig gelohnt. Röhrgernkuchen, gib einen Daumen nach unten, okay, Röhrgernkuchen? Alles klar. Alles klar. Ach, Zweider, ey. Zweider. Aber noch für Chewie. Ja, wie gesagt, es wären noch drei Rennen gewesen, da hätte ich natürlich, ne, noch zwei Rennen gewesen, ne, noch drei Rennen gewesen, da hätte ich natürlich problemlos für sie noch geholt. Aber wir müssen hier die Playlist leider aus dem Abbrechen. Ein Nein, die Level. Verstehst du? Ja, Leute. Also, das ist dann, für diese Folge, der Manus hat uns ein wahres Gesicht wieder mal gezeichnet, immer. Und, ja, schaut bei allen vorbei, außer bei Manus. Danke, danke. Tschüss. 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 Sehen ja nicht so viele. Tschüss.